Niemand hat die Botschaft Gottes, einem weltweiten Publikum mit mehr Kraft und Hingabe vermittelt als Billy Graham. Ich höre dich. Ich denke, wenn du nicht bereit bist, dein Leben für etwas Größeres als dich selbst zu leben, dann ist dein Leben nicht lebenswert. Gott rief mich herbei, um die Grundsätze zu predigen. Dann tu es. Durch seinen unerschütterlichen Glauben. William Franklin Graham, du bist jetzt als Diener Christi geweiht. Und seine tiefe Verbundenheit mit Christus berührte er Millionen und veränderte ihr Leben durch das Wort Gottes. Hallo, Ma'am. Ich bin Billy Graham. Ich bin hier, um ihr Leben zu verändern. Erleben Sie den Beginn seines Wirkens das erste Mal auf der großen Leinwand. Und was ich will, ist jemand, der die Grundsätze predigt und Menschen zu Christus einlädt. Wenn ich will, das bist du, Billy Graham. Mit einer Star-Besetzung. Es sollte niemals um Geld oder Ruhm gehen. Es wird um seine Botschaft. Aber was ist, wenn Sie falsch sind, Billy? Nichts als schwache Geschichten von Männern wie dir und mir. Charles, ist ein Gottes Wort? Billy Graham stand mehr als zehn amerikanischen Präsidenten als Berater zur Seite. Er erhielt 20 Ehrentitel und schrieb 27 Bücher. Er predigte zu mehr als 215 Millionen Menschen in über 185 Ländern. Mit seinen Radio- und Fernsehübertragungen erreichte er über 2,2 Milliarden Menschen. Wer ist also dieser seltsame Mann, der durch die Geschichte marschiert? Wer kann ihn erklären? Sag mir, sprichst du immer noch für Gott? Gott spricht für sich selbst, Charles. Sein Wirken hat die Welt für immer verändert. Ich will ein neues Leben. Und ich möchte, dass es genau hier begeht. Und ich möchte, dass es jetzt begeht. Und wisst ihr was? Das kann es. Billy Graham. Ein Leben für die gute Botschaft. Jetzt auf DVD. Beino. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.